Die Siege der Ruddhell Ich weiß gar nicht, was ich jetzt starten soll Hier, unsere kleinen Axt Hammer Warte mal, ich glaube, du hattest den doch, ne? Genau, den Morgenstern Ja, komm, spiel mal so Okay, wir starten direkt mit der Kavallerie Hat jetzt nicht so funktioniert Oh, Schaden Bremsen Leckt das Pferd oder hängt das irgendwo fest oder so? Ne, jetzt geht's Okay, Pferd noch mal von vorne Noch mal von vorne Die Leute sehen ja auch sehr appetitlich aus Wo sind die denn? Dann kann ich ein paar wegpiksen Guck mal Okay Hang Jaja, ich drehe ja schon um Ich drehe ja schon um, ganz ruhig, beruhig dich Da ist noch einer Das wäre so geil, wie ich dir jetzt den Schädel einhaue Haha Mann, hab ich dieses Spiel vermisst Mal ohne Witz Aua So, dritter Fail, der Leute liegt schon wieder am Boden Es ist ein cooles Spiel Wir haben es jetzt einen Monat lang nicht mehr gespielt gehabt Ähm Aber es macht Einmal angespielt und man hat wieder direkt Lust drauf Aber ich hab gesehen, in dem Monat hat sich in dem Spiel nichts getan Also Huch Entschuldigung Es kam kein Update Anscheinend Ähm Event ist jetzt halt wieder Äh Deathmatch, hab ich gesehen Das ist zwar ganz cool, aber Leute, die meine Videos hier etwas länger schon verfolgen Die wissen Deathmatch ist nicht das meine Das geht immer schief Äh Nein, nicht den Oh Mann Oh, gib mal der Shit Ich wollte den noch abwärmen Och, Mann, oh Dann geh mal wieder rein Können wir ja schon mal nach oben gehen Also ich finde ja immer noch, dass dem Spiel irgendwie Es ist ein super cooles Spiel Es macht Spaß, aber ich finde dem Spiel fehlt irgendetwas Ich meine mit Ich meine mit Timnosian Invasion Das war eins der Der besten Updates Für dieses Spiel Fand ich Entschuldigung Oh, die gehören gleich zu mir Ähm Dann kam ja das Winter Update raus Mit der neuen Karte Die ich vermutlich immer noch nicht spielen kann Weil die Karte Nicht gut gebalanced Also nicht gebalanced Ist ja doch gebalanced Kann man sagen Von den Hardware Spezifikationen Weiß ich, ob das immer noch so ist Müsste ich mal nachgucken Aber irgendwie fehlt mir noch so Weiß ich nicht Das, das Irgendwie so ein gewisses Etwas fehlt in diesem Spiel noch Keine Ahnung, was das ist Vielleicht eine vierte Fraktion Vielleicht ein anderer Modus oder so Obwohl Was für jetzt ein Modus Ein Turniermodus Hatte ich ja schon mal angesprochen Vor langer, langer Zeit schon Mit den Also so Reiterturnieren Das ist ja auch mal als Event Zumindest ganz cool In so einer großen Arena So, haben wir mal schon mal zwei Punkte dafür bekommen Muss ich dagegen klopfen Vorher gehen das mal alleine auf Muss ich etwas geklemmt haben Ah, ich wollte da jetzt so reinspringen So richtig cool Au Ja, das war ziemlich dumm Dass ich aber so reingesprungen war Naja Dritter Failer Das sieht hier aus Dann sollte mal jemand sauer Hallo Hallo Hey Was kannst du ja jetzt sagen Ich musste gerade mal gucken Ich habe den kleinen gelben Punkt Nicht gesehen Ob der zu uns gehörte Na, komm mal Wenn wir hierbleiben Kriegen wir Punkte Und Erobern Ich habe mich keiner angerufen Ja, wir helfen hier mal beim Cheaten Geben wir ein bisschen in den Lieden ab Perfekt Haben wir auch geschafft Ja, das habe ich aber gerne gemacht War ja gar kein Problem Das Tor aus einzunehmen Brothers Firm die Masons aus Aus ihrer Ankämpfung Oh, oh Wer rennt wieder alleine vor Und will es mit allen aufnehmen Dann wird noch Fail in Lodge Au Hey, hey Das ist ja auch geil Nutz Ich finde Ja, alleine wegen solchen Sachen Mag ich dieses Spiel ganz gerne Da gibt es eigentlich immer was zum Lachen Hab dich Ich will auch was abfackeln Ach ja, hier muss man eh drücken, ne Ich muss dann bis jetzt Bin ich ganz gut wieder reingekommen In das Spiel Ich habe gerade gemerkt Ich habe etwas zu lange auf die linke Maustaste gedrückt Alles gut Alles gut Wir sind sauber angekommen Irgendjemand braucht das nochmal Ach, verdammt Alter Was ist denn mit ihm los Mann Das war ja mal cool Die ganze Zeit durch die Gegend So Das wird der Super Mario spielen Und nutzt mich dann auch noch nieder Ich habe es ja schon immer gesagt Bei dem Spiel, ne Also mir gefällt die Detail Gefällt dieser Detailreichtum In diesem Spiel Auf den Karten Das große Schild Ne Hörter Schild Nimm du Nuss Ach, verdammt Jetzt nimm das Schild Und den Morgenstern So So viel Zeit muss sein Entschuldigung Ach, verdammt Ich wollte ihn runtertreten Hat nicht funktioniert Das ist bad Der ist hier entlastet Das sagt man nicht Hier Nehmt etwas Versorgung Hier Nimm etwas Versorgung Sag mal Ich treffe immer den Falschen Hier Nimm etwas Versorgung Na, also geht doch Vielleicht muss ich aber noch lauter werden Hm Hm So Oh, das hatte ich vorhin auch versucht Hat nicht geklappt Ich habe mich selbst Und niemand Ich habe mich nicht mehr Ich habe mich vertraut Ich habe mich vertraut Tja Dann schieben wir das ganze Jetzt immer ein bisschen Gibt immer Endpunkte Solange es keiner angreift Ich mein ich könnte dem da helfen aber Näh Ich hau den lieber ein auf den Kopf Hey Lass das Lass das Hör auf damit Hör auf Nur um sicher zu gehen Nicht dass das so ein Jemand ist der wieder aufsteht Au Was hat mich denn da gemacht Da war noch einer Dritter Failer Versucht es auch alleine gegen drei Dafür ist er aber leider zu schwach Almighty Boah Entschuldigung Bin farbenblind Ich hab's heute hier mit der Werbung Komm irgendjemand braucht das Na also wieder Und warum hängst du so rum Ich will mal sagen Wir kommen gerade relativ gut voran Schade Hey nimm mich wieder mit Ich bin zu faul Bin zu faul Bin zu faul Ich will nicht zu Fuß gehen Ich weiß jetzt Jetzt greift hier keiner an Hör auf mich runter zu treten Lass das Lass das Lauf Ich hab das Pferd getreten Sehr cool Genau das war komisch Oh oh das ist heiß Oh das wär so ein cooler Hit geworden Aber nö Au Echt Schubs Wär ich mal auf dem Turm geblieben Verdammt Siehst du wieder drei Was ist das Tja Auf dem Turm war's besser Fangen gleich jetzt immer noch rum Das machen wir weg Mit Kavallerie Voll weg Gefrühstückt Das hat er nicht kommen sehen Au 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 Oh oh Im Pferd rein Ist aber ein komisches Pferd Schicker Helm Auf Heiß 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 Aua 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 Heiß Heiß Gute Nacht Hör auf zu schubsen Kavallerie O O O Aua Heiß Heiß Ok Cool Das war ja wild Das hat weh getan hätte ein bisschen näher kommen könnte der hätte so eine lachsen können aber auch nächste darauf jetzt hüpfst du darauf alleine gegen alle aber gut schaden ausgeteilt halben hof haben wir schon einfach wenn ich nach dem match mal dran denke dann schaue ich mal bei denen auf die road map was als nächstes so angekündigt ist ich hoffe dass mal wieder ein cooles update rauskommt ich warte hier immer noch wikinger wikinger wäre mega cool fällt auf dafür gibt es ja gar keine punkte es war völlig unnötig das kaputte mal egal ich mache gerne sachen kaputt also warte ich helfe dir auf bitteschön so den hof haben wir auch ganz locker eingenommen aber kannst du mal aufhören wer haut mich denn hier aber die ganze zeit auf den habe ich nicht gesehen so weit schnappen uns auch den erbfolger guck mal sieht das nicht cool aus wie viele steine die wohl dafür gebraucht haben vorsichtig ich muss ja immer durch klau mir nicht mein kill schafft man das da oben zu fahren ach verdammt der winkel war Mist heiß lass das ich habe dreimal jetzt versucht den kronleuchter abzuwerfen und war dreimal im falschen winkel ich habe jedes mal wenn ich linke maus dazu gedrückt habe in dem moment gemerkt falscher winkel ich werde da fail a lot muss ich noch mehr sagen so haben wir abgeprallt nehmt mein medizid testiert dem ziel habe ich es heute nicht so ich häng fest oh nö vorsichtig weil heiß natürlich sind das auch wieder zwei nehmt das enttäuschend aber egal wir sind wie die orks von uns gibt es unendlich viele wenn einer zu boden geht kommen drei neue das wäre mal cool so ein spiel also mit der spielmechanik im vorhaben universum man so mit orks elfen imperium goblins und so das wäre cool meinetwegen gern auch nur als mod haben wir ja und noch gar nicht so schlecht geschlagen solides mittelfeld ordentlich punkte gemacht gut kills, deaths das ist ein bisschen doof aber ihr kennt das von mir nicht anders ne wenn da fail a lot ja ich hoffe euch hat es gefallen ähm ich werde euch jetzt wieder regelmäßig ihr wisst dienstags 15 Uhr ähm kommt wie immer jetzt wieder chivalry das ist also wieder so wieder fest geplant ich hoffe ihr habt einen spaß dran gehabt lasst doch gerne einen daumen nach oben da und ich würde mich freuen wenn ihr auch beim nächsten video mit dabei seid also bis dahin macht es gut ciao